Unser gemeinsames Projekt, die lebenswerte Gemeinde der Zukunft. Die Zukunft, sie kommt auf uns zu. Und so wie sie jetzt auf uns zukommt, so wie wir es medial erfahren und so wie wir es tatsächlich wahrnehmen, scheint es nicht sehr ursig zu sein. Und viele von uns fühlen sich dieser Zukunft einfach ausgeliefert. Wir wissen aber, dass es anders geht. Denn wir haben durch eine langjährige Reise durch Österreich und durch die Umgebung entdeckt, wie viele motivierte Menschen schon jetzt eine Zukunft viel, viel erstrebenswerter gestalten, als sie sich für die Masse darstellt. All diese Lösungen haben wir gesammelt und präsentieren wir Ihnen am 14. September bei der Messe Salzburg beim sogenannten Lösungskongress. Kommen Sie, motivieren Sie sich, werden Sie zum Mitgestalter und reisen Sie mit uns in eine leuchtende Zukunft. Karl, du hast vollkommen recht. Aber letztlich ist der Tag nicht beschreibbar, sondern wirklich nur erlebbar. Und vielleicht schauen Sie nicht zufällig dieses Video. Denn es ist entscheidend wichtig, dass genau Sie dabei sind am 14. Wir freuen uns auf Sie. Genau. Macht euch gut. Jeder hato immer weiß. Tot. Wir españen. Wir 떨� MY everlasting. är doc. Paul wo. In Okay. Und være. wir freuen. Untertitelung des ZDF, 2020